Hallo, liebe Gemeinde, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst an diesem wunderschönen Sonntagmorgen in unserer kleinen Holzkapelle mit einem Ofen, einem Bett und einer Kiste. Ne, ähm, es ist gar nicht Sonntag, es ist Donnerstag. Ich nehme hier auf, das Wetter ist sehr schön draußen. Ähm, hier glaube ich hoffentlich auch, es ist noch nicht Nacht. Ich muss erstmal gucken, wie weit wir jetzt hier eigentlich sind. Ich weiß noch, wir sind das letzte Mal aus der Hülle gekommen und haben uns hier einiges an Zeug rausgeholt. Wir haben ein, haben, äh, ein Namensschild. Ziemlich viele Rüstung für Pferde, die wir nicht haben. Ähm, ja. Und ansonsten hier so ein bisschen Zeug rausgeholt. Joa, dann gucken wir einfach mal, was wir so als nächstes machen. Diesen Eimer, äh, Lava-Eimer haben wir. Dann werde ich diesen hier einfach mal mit Wasser füllen. Zack, dann haben wir hier Wasser drin. So, hier mit diesem Weg wollen wir nochmal gucken, was wir damit machen. Ja, so ein bisschen was will ich damit auf jeden Fall noch anfangen. So eine Karte, zwei komische Vierecke einfach nur mit drauf. Und das da sieht ziemlich cool aus, dieses Geschlängelte da an der Seite. Ähm, ein Bogen haben wir ja natürlich auch, aber wir haben keine Pfeile mehr. Oder haben wir die jetzt weggetan? Nö, wir haben keine Pfeile. So, was tun wir jetzt als nächstes? Ich werde erstmal, ach ja, hier mit unserem bisschen Erde. Habe ich noch in Erinnerung, haben wir uns hier, wollten wir uns hier so eine kleine Straße bauen. Und jetzt klingelt hier auf einmal mein Telefon. Das ist ja natürlich auch ganz lustig. Das schmeiße ich einfach mal in die Ecke und versuche einfach mal, das Ganze zu überlabern. Mal gucken, wie lange das Ganze klingelt. Ähm, ich hoffe mal, ne, das ist nicht allzu doll. Äh, 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 äh. Oh, ich hasse diesen Telefon-Ton, ne? Immer wenn man angerufen wird, hat man immer dieses, ach fuck, ich werde angerufen, scheiße, ich muss irgendwas tun. Und, das ist natürlich ziemlich uncool. So, boah, hör auf zu klingeln, ernsthaft. Ey, wer will denn da was von mir? Feuerstein brauchen wir momentan nicht. Ähm, was wir anbauen können? Gar nichts momentan. Eigentlich würde ich ja schon nochmal gerne in die Höhle reingehen. Ähm, einfach weil wir Diamanten brauchen. Hier so ein bisschen Zuckerrohr nehme ich mal mit. Zack, 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 zack. Jetzt könnten wir eigentlich auch nochmal ein bisschen schöner gestalten. So eine kleine Idee habe ich da nämlich auch schon. Ich glaube, das machen wir mal hier. Ich glaube, ich nehme hier gerade mal so ein bisschen, ähm, den Sand weg. Auch ein positiver Nebeneffekt, weil dann können wir uns später ein bisschen mehr Glas machen. Der Plan ist nämlich, dass wir die Zuckerrohrplantage von da unten, weil von dann so einem See einfach finde ich ein bisschen, oh, langweilig. Ähm, macht ja aber auch nichts. Wir können uns hier als Neue machen. Wir haben ja jede Menge Eisen mitgebracht. Dann ist nämlich der Plan, wie gesagt, dass wir die Zuckerrohrplantage da hoch bewegen. Ähm, einfach nur, damit es ein bisschen schöner ist. Weil hinterm Haus ständig, ganz ehrlich, äh, ist, warte ich das mal so. Zack, zack. Eisenschaufel. Ähm, sieht ein bisschen schicker aus einfach, ne? Als also, da machen wir so einen kleinen Aufgang hoch. Kann ich ja schon mal... Den machen wir dann aus Steintreppen am besten, denke ich. Ich nehme einfach mal ein paar und dann bauen wir uns das mal zusammen. Dann gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht. Das Covelstone haben wir ja auch. Daran scheitert es nicht. Ich mache, äh, vorsichtshalber mal ein paar mehr. Zack, zack, zack. Dann haue ich die da einfach nochmal mit drauf. Und, eingesammelt. Wir gucken einfach mal, wie das aussieht. Ähm, so, so. So. Hier auch. Und hier natürlich nochmal. Wir haben hier so einen relativ steilen Aufgang. Äh, kann man so lassen. Dann haue ich hier das aber nochmal weg. Ich war mir erst nicht sicher, ob wir das jetzt so machen, dass da gar nichts an der Seite ist. Oder, dass man tatsächlich, äh, das so macht, dass es überragt. Also, entweder so wie hier. Na, dass die Steinschrift wieder frei ist. Oder so wie hier, dass die zu ist. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich lasse es jetzt erstmal so. Dann bauen wir uns hier so einen kleinen Weg aus Kies mit rein. Aber ich habe die Musik auf dem Ohr jetzt ziemlich laut. Ich hoffe, die ist später in der Aufnahme nicht ganz so laut. Sonst muss ich das irgendwie so ein bisschen versuchen, rüber zu regeln. Und wie gesagt, dann haue ich hier einfach so ein bisschen die Zuckerrohr-Plantage hin. Dann brauchen wir ein paar Wassereimer, aber Wasser haben wir ja genug hier. Sind die jetzt gerade gewachsen? Ist ja auch cool. Ruhig mir da mal eben weg. Zack, zack. Das geht wahrscheinlich mit irgendwas anderem besser. Und zack. Ist hier reingehört? Dann haben wir Kürbisse. Dann nehme ich mir die vier Kürbissamen oder die Kürbiskerne da mal raus und haue die einfach mal irgendwo nochmal mit hier hin. Gucken wir, was da raus wird. Die Melonen können wir eigentlich hier behalten als so ein bisschen proviant. Oder haben wir da in der Kiste schon welche? Ich meine irgendwie schon. Äh, Melonen, Melonen, Melonen. Haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir die erstmal mit. Dann ist jetzt die Frage. Zwei mache ich nochmal weiter. So, so. Wie bauen wir hier die Zuckerrohr-Plantage auf? Wir können natürlich jetzt hier die Reihen langziehen auf beide Seiten. Aber da haben wir dann hier dieses... Äh, an der Seite nicht ganz so lang. Oder wir fangen hier erst damit an. Und dann machen wir hier so eine Seite. Achso. Ach komm. Ist jetzt auch egal. Wir machen das einfach mal. Wir werden es ja später immer noch rückgängig machen. Sollte natürlich schon ein bisschen gleichmäßig sein. Dann haben wir hier in die Richtung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da in die Richtung haben wir 1, 2, das wären 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann formen wir das Ganze nochmal ein bisschen, dann sieht es mir schicker aus. Können wir eigentlich so lassen. Da kommt dann natürlich Kies rein. Und dann hauen wir hier in diese Richtung das ganze Zuckerrohr ein. So, Sand, Sand. Sand. Kies haben wir auch nicht mehr. Wollten wir nicht eigentlich viel Kies holen, aber das haben wir schon vergessen. Moment, ich trinke mal kurz eben einen Schluck Kaffee. Ja, apropos Kaffee. Wir wollen ja eigentlich eine kleine Kaffee-Runde heute machen. Der Herr Admiral Hipper und ich. Ähm, das Ganze hat sich dann aber leider ein bisschen anders ergeben. Ach komm, ich mach mal noch eben einen zweiten Heimer, dann bräuchte ich grad zu oft laufen. Hat sich aber alles ergeben. Ich habe die Anfrage an ihn gestartet, aber er hatte leider, leider keine Zeit. Ähm, er fand die Idee aber prinzipiell gut. Bedeutet einfach, dass wir uns hier hinsetzen. Und deswegen kam ich gerade drauf, so ein bisschen Kaffee-Klatsch-mäßig, dass wir hier einfach sitzen. Ein bisschen quatschen während des LPs. Vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee, ist vielleicht ganz witzig mal. Ähm. Einfach mal so, ne. Okay, ich habe jetzt einfach mal in diese Richtung angefangen. Bedeutet, wir müssen den ganzen Rocks hier auch noch weghauen. Genau, und das würde vielleicht einfach ein bisschen frischen Wind reinbringen, dass wir beide hier so ein bisschen sitzen und quatschen. Wir haben ja jetzt sowieso ein neues Mitglied in der WTF, Hasiel. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon gesehen, er macht ja momentan, ähm, Super Mario und Harvest Moon. Hat auch schon wieder ein neues Projekt gestartet, das verrate ich aber allerdings noch nicht. Keine Ahnung, ob ich es verraten darf oder nicht, erstmal. Ähm, genau, jedenfalls, ähm, ist er unser neues Mitglied bei der WTF. Und mit dem könnte ich das ja theoretisch auch machen, dass wir uns hier einfach hinsetzen und ein bisschen quatschen. Da vibriert auch schon mein Handy, wenn man vom Teufel spricht, aber das war er wahrscheinlich gar nicht. Nö. So, wird langsam dunkel, wir hauen uns gleich mal ins Bett. Damit glaube ich jetzt mal als allererstes. Zack. Jo, und, ähm, das werde ich dann demnächst einfach mal machen. Ich lade mir dann jemanden ein und vielleicht über, über TeamSpeak oder Skype oder vielleicht auch so neben mir hier tatsächlich mal ein Kaffee-Klatsch. Ist ja auch immer ganz schön Kaffee, wer mag denn schon keinen Kaffee? Ähm, ne, deswegen, dann machen wir das einfach mal. Ah, ich hab Kaffee, ne, ich brauche ja jeden Morgen unbedingt immer meinen Kaffee. Moment, da kommt wieder ein Zuckerrohr hin später. Dann muss hier das Wasser sein. Vielleicht? Ja, ich glaub schon. Genau. Ohne meinen Kaffee am Morgen, ey, bin ich echt unausstehlich. Also, er wischt mich ja nicht auf den falschen Fuß, kommt mir gar nicht morgens in die Quere. Nein. So böse bin ich natürlich auch nicht, aber, ähm, kann man glaube ich verstehen, morgens ist man müde, man hat keinen Bock auf nix. Arbeit, Schule, Studium, kennt ihr ja, ne, dann... Willst man genervt, will einfach seine Ruhe haben und so ein Kaffee hilft mir dabei eigentlich immer ganz gut, muss ich sagen. Da bin ich immer ein bisschen besser drauf. Komme ein bisschen klar auf das Ganze. Kann man eigentlich so machen, ne? Vielleicht erweitern wir das hier? Ne, können wir gar nicht. Am Ende muss immer nur einer stehen, das ist schon richtig so. Dann haben wir da zwei frei. Und hier wieder Wasser. Sieht auch ein bisschen spektakulärer aus, als einfach, als wenn wir da so ein paar Zuckerrohrdinger hinterm Haus einfach stehen haben. Außerdem versperren die uns da unsere schöne Sicht auf diesen kleinen bis mittelgroßen See, würde ich sagen. Ja, vielleicht mündet er auch irgendwo ins Meer. Haben wir noch nicht erkundet, machen wir demnächst. Da hinten haben wir eine Schneelandschaft. Ich finde diese Schneelandschaften eigentlich immer so öde, weil... Weiß ich nicht, ständig hat man da den Schnee auf dem Haus und auf allem Möglichen, was man baut. Finde ich irgendwo ein bisschen nervig. Aber ich glaube, es ist für euch auch ein bisschen interessanter, als wenn ich hier die ganze Zeit nur labere. Wenn denn noch jemand anderes dabei ist, dann kommen auch unterhaltsamere Themen bei raus. Sieht man ja schon bei unserem Cube World LP, da labern wir ja auch ständig nur Müll. Hier bin ich immer so ein bisschen... Ich konzentriere mich natürlich darauf, richtig zu spielen, weil... Ich kann mich jetzt auch hier hinstellen und die ganze Zeit irgendeinen Müll reden und ein bisschen Kaffee trinken. Aber letztendlich... Seht ihr da nur die Wolken vorbeiziehen? Dunkel-hell, dunkel-hell. Und ansonsten ein unbewegtes Bild. Und das, ganz ehrlich, ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Mit dem Rumgelaber bin ich noch so ein bisschen am... Scheiße, das sieht ja jetzt dumm aus. Naja, dann habe ich da vielleicht eine Idee. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Aber wir machen das einfach so. Der ist... Ah, dann kommt hier das Loch rein. Dann kommt hier vielleicht noch so ein Durchgang hin, der zwei breit ist. Der führt dann irgendwo anders hin. Keine Ahnung, das müssen wir uns dann aussuchen. Gucken wir einfach mal. Ach, gut, gelöst. Ne, ähm... Ihr müsst natürlich bedenken, ich bin ja noch... Relativ neu, was LPs angeht. Und, äh... Ich finde mich da noch so ein bisschen rein. Natürlich kann ich nicht so, wie die ganzen erfolgreichen YouTuber jetzt hier loslegen, irgendwas rumzuquatschen. Und werde dann, äh... Trotzdem hier konzentriert oder... Komm, das habe ich jetzt einfach nicht.